Musik Schönen guten Tag, mein Name ist Georg Mels-Colorido von der Firma 3SI Makler und ich freue mich Ihnen unser neues Projekt in der Petzwaldgasse 4 vorstellen zu dürfen. Musik Bei diesem Projekt wurden insgesamt 25 Wohnungen saniert, zwölf davon sind noch verfügbar. Aktuell befinden wir uns hier in einer 96 Quadratmeter Wohnung mit drei Schlafzimmern, einem kleinen Balkon und einem großen Wohnküchenbereich. In diesem Projekt stehen zwei bis vier Zimmerwohnungen zur Verfügung. Aktuell befinden wir uns in einer Vierzimmerwohnung im Hoftrakt mit einem wunderschönen Balkon. Auch bei diesem Projekt wurde auf hochwertige Ausstattung geachtet, zum Beispiel Markenkeramik von Willeröhn und Baucharmaturen Hans Grohe. In manchen Bädern wurden Regenduschen verbaut und Saun gefehlt. Musik Zusätzlich wurde fast jede Wohnung mit einem ruhigen Balkon ausgestattet. Musik Zusätzlich zu den zwei bis vier Zimmerwohnungen im Regelbestand wurden im Dach noch drei Dachgeschosswohnungen errichtet, mit hochwertiger Ausstattung, unter anderem großen Dachterrassen mit Jacuzzis. Wenn Ihnen das Projekt gefallen hat und Sie gerne ein Beratungsgespräch möchten oder einen Besichtigungstermin vereinbaren, kommen Sie doch gerne zu uns in unseren Showroom am Graben 12, wo auch ein Modell der Petzwaldgasse besichtigt werden kann. Musik 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 Musik